Hey los geht's weiter geht's so auf geht's weiter geht's drei tage wach du nicht auf mich Feuerbau du Pfeife kostet Mana? Nö kostet's nicht Du hast keine Ahnung wo lang da lang Deine Morale Wo bleibsch? Gottlob Keine Gegner mehr da du gibt's die Sau Na Na da 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 Aber ich kann zu den Geografen noch gar nicht gehen Weil die sind noch viel zu stark Also die haben noch viel zu viel HP glaube ich noch Weil die halten sich auch gegenseitig da muss ich noch mehr Stopp stopp stärker sein Da kann man locker bis von den Die geben 10 mal so viel Erfahrung wie ein Karamell so ungefähr Muss ich überlegen Ja Da kann man bis Level 70 oder so trainieren Hab ich beim Hunter auch gemacht Schon krass Das ist einfach die einfachste Methode zu leveln als Magio Ja Ja Deine HP Spacko Alter Kannst nicht mal aufpassen Ich bin abgelenkt Ich komm wieder Ja Dann kann ich mir nochmal Potions kaufen Wo wir mal Loot verkaufen hier Entschuldigung Ja komm jetzt du nicht so du Drecksackto Hallo Halt Da verkaufen So Das kommt Das kommt Das kommt Hier Flora Die gibt es Oh ich gebe auch noch mehr Erfahrung Flora Die gibt es Spawn Ähm 60 Stück Older 60 Stück Mjolnir 11 Die ist ja hier irgendwo Äh LOL FTW WTF WTF Ich hab mich wieder zugänglich gemacht Mjolnir 11 Weltkarte Warte mal Geffen Ist Mjolnir 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 Ich bin ja auch schon wieder fertig da Jetzt kann ich wieder neu laden Ich weiß nicht wie Mjolnir 11 ist Ah da Mjolnir 11 Mjolnir 11 Da komm ich hin Indem ich Von Frontera aus Frontera aus 2 hoch und 1 rechts Alles klar Challenge accepted Wie jetzt was? Ne 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 nachher Wir haben grad beschlossen dass wir auch Offscreen leveln Ja wir wollen doch Weil nur äh also nur leveln so und dann keine Ahnung Das ist äh Ja nur leveln Es ist nur MMO Da kann man nix machen außer leveln Oh du Spasti Warum? Was hab ich gemacht? Alter Hä? Was hab ich gemacht? Alter wer redet denn mit dir? Gott Duft nerven Was ist so ein B Alter Oh mein Gott Ich sterben So Ha Ha Da bin ich auch schon wieder Jetzt Florubisch Was hab ich Schnell Bo Chat O Na O Ich Te Sooo! War ich das? Ne weiß ich nicht. Ah ja! Ja gut! What? Na komm schon! Ach, ich mach jetzt mir wirklich viel mehr Schaden, weil ich grad Decks kill. Naja. Ich hab dir auch keine Brücke untergebracht. Ja, das macht nichts. Ich muss sie jetzt ändern. Perfekt. Die Uhr trifft halt wieder nix. Ja, komm. Ha! Perfekt. Torian, schwitz was! Hallo? Hallo? Wie geht's? Oh ja, du! So wie es halt geht. Du möchtest noch aufnehmen, ne Stunde. Kannst du nix mal reden. Ja, anderes Spiel. Geht schon. Das passt schon. Ja. Oh. Oh. Also ich kann... Ich bin wieder ab ey. Ich weiß jetzt schon. Ah. Ich mach eh gleich Schluss. Ach du Scheiß. Luck! Du hast ja keinen Scheunthor, du Noob. Po-ring. Zwei und Po-ring. Jetzt haben wir noch jeweils Base-Level und Job-Level 1 hoch und dann... ...was das. Bang. Upp! Bist du? Bist du? Du bist nicht nicht? Oh. Bist du? Bist du? Oh. Es läuft, Florian, es läuft. Ja. Ist doch still. Keine Ahnung mehr. Wann würde ich sagen? Was? Ja, schlecht. Das hättest du mir auch mal in Ordnung. Nicht so laut in Kameraschreie, Mann. Okay. Na ja, jetzt bin ich eh gleich fertig. Na? Ja, ich hab halt schon, weiß ich, 90 Prozent. Du sagst mir, wenn du ready bist, gell? Drei. Zwei. Eins. Los. Ah. Uff, uff, de Carameldo. Heil dich. Ich lass mich so schnell ablenken hier. Ich seh das überhaupt nicht einig, aber dass ich dich hochziehe mit meiner Freizeit. Nachher. Du musst da nicht. Und dann hängst du hinterher. Ja, eben. Das ist halt das Problem. Ja, dann bist du das Problem. 513. Das war deine Idee. Ja, lass verwerfen, die Idee. Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht. Ich will halt, ich will das noch auf jeden Fall machen. Aber wenn ich dich mit hochziehe, dann bin ich ewig da dran. Wenn ich dich nicht mit hochziehe, dann bin ich so hinterher. Und wenn du hinterher bist. Scheiße. Aber das hast du ja vorher gewusst, dass ich nicht 24-7 spiele. Ne, hab ich nicht. Natürlich. Find ich auch scheiße von dir. Englisch. Oh, kratzer. Verstehe ich halt auch nix hier, ey. Lotto-Ziehung. Na, warum? So, damit verabschieden wir uns. Ich mach's noch kaputt, ich mach's kaputt. Warst du wieder zu schnell? Ja. Okay. Ne, du warst zu langsam. Ah ja. Das dachte ich mir schon. Ja, dann machen wir jetzt Pause. Und... So. Wir sehen uns dann. Bei der nächsten Aufnahme. War Florian? Ja. Nur wenn der Team dann 20 Level zu niedrig ist. Ja, das liegt dann nicht an mir. Doch. Versteh ich. Also. Wenn du zu wenig spielst. Gude. Sag ich mal. Ciao, ciao.